Der Autobahndeckel. Von Schnellsen. So sieht das oben aus. Hier unten, da ist die A7. Du hast die ursprüngliche Tour verlassen. Lass einen Blick auf die Karte und entscheide dich für einen Weg. Wir entscheiden uns für einen Weg. Das ist der Autobahndeckel. Die Tour liegt rechts von dir in 200 Metern. Das ist der Autobahndeckel. Von Schnellsen.